Jo, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit Linka-Volution. Nach dem Debakel vom letzten Mal machen wir auf jeden Fall weiter mit der Story. Und jo. Kirak erreichte schließlich den selben Ort, an den Alito transportiert worden war. Alito, du siehst ja schlimm aus, was ist passiert. Eingegriffen, es ist Rey. Alito, komm schon, Alter, du dich, Alito. So, Kirak wollte dann Rache an Rey nehmen. Du wirst dafür bezahlen, dass du Alito so zugerichtet hast, Rey. Wovon redest du? Ich will niemals jemanden verletzen. Stell dich nicht dumm. Alito sagt, du hast ihn angegriffen. Mehrbeweise brauche ich nicht. Der müsste zwar eigentlich ein ziemlich krasses Deck haben. Die, die, die Personalabteilung, Alter. Ist der Kartennamen, den ich jemals gesehen habe. Geil. Der hat auch diese Mutter-Grizzly-Tante, okay. Interessant. Okay, machen wir erstmal Topf der Gegensätzlichkeit. Gegensätzlichkeit. Noch ein Topf der Gegensätzlichkeit. Alter, Rank-Up Magic. Was zum Teufel? Die drei Karten, die ich auf der Hand habe, sind die drei Karten, obersten Karten am Deck. Dann nehme ich mir noch so einen Pott. Wird ja danach gemischt, das Deck. Weil das nächste Woche, äh, nächste Woche wahrscheinlich. Nächste Runde aktivieren. Wieso kann ich jetzt den Effekt nicht aktivieren? Wenn diese Karte ist normal beschworen, bist du kannst ein Monsterstufe 4 oder niedriger als Spezialstufe von deiner Hand beschwören. Ja, offensichtlich nicht. Okay. Okay. Naja. Diese Karte wird immer so, naja, naja, naja. Wer der Annexys Monster des Rangs 4, okay. Spiel das mal keine Rolle. Ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich. Also ich hätte jetzt gedacht, ich spiele jetzt zwei Karten aus. Und damit hat sich das mit der Zauberkarte sowieso erledigt. Ja. Ja, wahrscheinlich, oder? What is happening? Das fängt ja schon mal wieder richtig gut an. Das fängt ja schon mal wieder richtig gut an. Wer könnte tatsächlich seine Karte zerstören? Noch mal zur Sicherheit schon mal Tropfen der Gegensätzlichkeit. Vielleicht kontert er den? Nein. Ja, hat er auch andere Karten im Deck oder kriege ich nur die gleichen? Okay, jetzt können wir ja die Karte benutzen. Und seinen hoffentlich kaputt machen. Was zum Teufel? Übertreib halt komplett. Das vierte nur tausend Angriff. So gut war es jetzt auch nicht. Wenn der Monster dann das Gegner seinen direkten Angriff klären, dann kannst du ja gar nicht so viel anverschwerden. Diese ganze Serie, dann kannst du ja gar nicht so viel anverschwerden. Okay. Es bringt mir halt nichts, die Karte Spezialbeschwörung zu beschwören. Weil Level 2 und Level 4 bringt mir halt gar nichts. Das heißt, wir müssen mal für den crispy... crispy cleanen Pokerfaceplay gehen. Einfach so tun, als wären das jetzt krasse Karten auf dem Feld, die eigentlich übelst du guten Effekte haben. Vor allem kommt mir das gerade nur so vorderlich, dass es das gleiche Deck aus Yuma hat. Oder nicht Yuma, weil irgendjemand hat doch genau das gleiche, was wir gerade schon spielen. Auch schon gespielt. Oh oh. Wow. Ja. Ja, das sieht mir nach einer saftigen Niederlage aus, wenn wir jetzt kein Vier-Sterne-Monster ziehen. Und bei meinem Glück wird das safe kein Vier-Sterne-Monster sein. Okay, never mind. Das bringt uns trotzdem nichts. Oder nicht so viel. Weil das Vier hat 2.600 Angriff und unsere besten Monster haben alle nur 2.500. Der hier hat 2.500 und der hat 2.500. Aber was hat nochmal Utopia Ray Victory... Was hat der nochmal für einen Effekt? Ich kann mir das einfach nicht merken. Das sind zu viele Karteneffekte. Sorry, aber ich kann mir das einfach nicht merken. Das muss ich immer wieder nachlesen. Kannst du ein nächstes Material von dieser Karte abhängen. Sie hat 500 ATK und falls ihr das verliert, ein Monster sein Gegner kommende 1000 ATK. Okay. Und dann haben wir nur einmal. Aber warum kann ich nicht die Effekt aktivieren? Du kannst ein nächstes Material von dieser Karte abhängen. Sie erhält 500 ATK und falls ihr das tut, verliert ein Monster deswegen irgendwie 1000 ATK. Ah, du musst 1000 LP oder weniger haben, um diesen Effekt aktivieren und aufzulösen. Das ist immer der entscheidende Knackpunkt, den ich immer vergesse. Na gut, wir hätten es oder so verloren. Immer dieser zweite Teil. Solange du ein Monster kontrollierst, da hältst du keinen Kampfschaden. Also das ist auch eine geisteskranke Karte. Was beschwöre? Ein Nummer C Monster? Was? Na gut, das ist im Endeffekt genau das gleiche. Ich hätte nichts geändert. Uff. Na ja, mal saftig aufgeben. Yes. Aber ehrlich gesagt, der kommt mir vor wie einer, den ich easy mit meinem Vampirdeck besiegen kann. Deswegen machen wir das mal. Es wird zwar wahrscheinlich wieder nur ein Duel, diese Folge, das wir gewinnen. Aber gut, das letzte Mal war auch schon eine ziemliche Ausnahme. So etwas sollte nicht nochmal passieren eigentlich. Oder nicht allzu häufig. I hope so. At least. Ohohohoho. Ohohohoho. Was hab ich gerade abgeworfen? Ballert drauf, ne? I don't know what I'm doing. First Turn XT Summon. Ich hab ja schon gesagt, das wird es absolut Liebe, wenn wir Dinger eins machen. Na gut, das kann ja wenigstens ein bisschen Schaden machen. Aber diesmal bringt mir das gar nichts. Hab gerade vergessen, dass ich mein eigenes Deck spiele und nicht das von Ray. Aber was heißt Ray? Der hat genau das gleiche Deck wie Yuma. Jetzt fällt es mir erst auf, der hat ja sogar Utopia gehabt. Ich würd schon sagen. Flip that stuff. Soll ich momentan nicht den Angriff abbrechen können? Oh. Ja. Saftige Niederlage. Never mind, man. Ach, man. Ich hab halt auch wieder die beschissenste Hand für diese Situation. Das kann halt auch nicht sein, ey. Wie kann man nur immer so ein Pech haben? Das ist halt geisteskrank. Ich hab so viele Karten, die in so einer Situation einfach easy win wären. Die ziehen nie die richtige. Das ist quasi das Antiherz der Karten. Das kann halt wirklich nicht sein. Zweimal Vampirbaron überhaupt auf der Hand zu haben. Ist so Ultron wahrscheinlich. Gott, die Feuerhand, ey. Ich muss jetzt erstmal diese Hand loswerden. Mist, ich hätte auch Vampirlord abschmeißen können, ne? RIP. Das wäre klüger gewesen, ja. Ja, indeed. Was zum Teufel ist das denn? Was zum Teufel ist das denn? Das ist halt wirklich die langweiligste Karte im Spiel. Einfach 2-Monster-Stufe-4-2-0-6-0-Angriff. Keine Effekte. Das ist so boring. No. Jetzt bitte was ziehen. Ach mein Gott. Warum? Der Einzug kann ich das noch machen. Danach muss ich auf der Gejagten verschwinden. Kann man schon ein Pod of Greed-Überläufer. Where you at, guys? Hey, wow. Das ist nicht mal gecallt. Alter, das ist nicht dein Ernst, man. Was ist... Ach, komm, ey. Das kann man sich echt nicht reinziehen. Mein Deck besteht quasi aus 95% Monster, die 4 Sterne haben. Ich ziehe nur 5 Sterne Monster. Kein einziges Monster, das ich ausspielen kann. Ach. Geisteskrank. Wir sind jetzt Erster, oder? Nein, er ist Erster. Nein, er ist Erster. Nein, er ist Erster. Achso, es muss eine Vampirkarte sein, ich wollte gerade sagen, es muss eine Vampirkarte sein. Das ist zumindest ein bisschen besser. Just a little bit. Komm schon. Alter, wenn es so weitergeht, verliere ich das jetzt auch wieder, das kann halt nicht sein. Na gut, ich meine zumindest, wenn das was helftiges ausspielt, kann ich es zumindest kaputt machen. Das ist schon mal ein Vorteil. Und wir müssen es auch nutzen. Leider ist Ehrung der verdammten kein Quickspell. Leider nicht. Achso, Moment mal, wir müssen es gar nicht, wir können ja mit Vampirkönigreich RID OF DEAD KARD werden. Wir werden schon so viele Karten abgeworfen, ne? Wenn die nächste Karte, die wir ziehen, wieder nichts ist, was wir ausspielen können, dann weiß ich auch nicht. Pretty much, alle Karten in unserem Friedhof sind abgeworfen vom Deck. Na gut, okay. I take it. I take it. Das, das, das ist, das ist tatsächlich eine Ausnahme. Change of Art. Jetzt aber bitte. Na gut, das taugt mir eigentlich tatsächlich nicht. Warte mal, wenn ich ihn Überläufer mache, dann habe ich 2,6, er hat noch 1,800 und wenn ich ihn dann 3 Karten auf den Friedhof werfen lasse, hat er noch 1,000, äh, hat er noch 900, ja. Ah, mit Vampirkönigreich ist wahrscheinlich besser. Schauen wir es wird immer größer, dass wir irgendwas ziehen, was wir tatsächlich mal benutzen können. Aber bei meinem Glück denke ich mal... Na, endlich. Habe ich den gesamten Schaden, den ich bekommen habe, nur durch Totenkopf-Aufforderung bekommen, ne? Das ist crazy. Oh no. Nein. Tja, mein lieber Freund. Zu blöd, dass du auf meine Taktik reingefallen bist. Ich glaube Totenkopf-Aufforderung hat mir jetzt 2700 Schaden gemacht und ihm irgendwie auch über 2000. Das ist ziemlich genau. Das ist total total Schaden, das ist sehr das. Entschuldigung. Genere, können wir nicht sagen. Ich hoffe, das ist ein Schaden. Ich habe ihn nicht zuerst den. Es ist kein Schaden. Das ist ein Schaden, aber geschw洋. Ray, warum hattest du eine Baryan-Karte? Wer bist du? Oh, das willst du noch herausfinden letzten Endes. Wait, Ray, du musst mir immer noch verraten, was es mit dieser Baryan-Karte auf sich hat. Du hast uns einiges zu erklären. Ich bin beim kosmischen Sondereinsatz, Gemeinde von Baryan. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist Baryaner? In der Baryan-Welt gibt es also gute und böse Leute? Genau, Juma, die Baryan-Welt ist kein böser Ort, aber einige tanzen aus der Reihe. Das ist die Wahrheit und jetzt, wo du sie kennst, dass uns zusammenarbeiten. Im Ernst? Klasse. Um ernsthaft gegen die Baryaner kämpfen zu können, brauchst du diese Karte. Unmöglich ist es Rangsteigerungsmagie Baryans kleine Kraft. Ich fand die nicht so gut. Danke fürs Einschalten, wir sehen uns mal nächstes Mal. Bis dahin, macht's gut rein. Würde mich für einen Like-Kommentar, aber von euch freuen. Ciao, ciao.